So und Lu noch Hallo? Hallo, 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 was machen Sachen? Ich bereite mich gerade vor, ich habe einen großen Auftrag, ich bereite mich vor, weil wir müssen in Downtown, also sprich, in Downtown Cab, in die Fliegerbank und hinten auf den Dings drauf, also hier hinten in den Tresorraum müssen wir rein und den müssen wir aufmachen und da müssen wir die Goldbarren rausholen, jetzt habe ich mir jetzt schon ein paar Sachen ausgedacht und jetzt bin ich gerade dabei, hier mein Handy, so einen Ausweis zu erstellen. Wie? Was für ein Ausweis? Ja, so einen Dienstausweis verhälsch' ich gerade. Ach so! Und dann machst du da auf Mitarbeiterinnen oder was, wenn die Polizei kommt? Ja, ich habe mich als Hausmeisterin verkleidet. Geil! Ja, irgendwie wusste ich doch, das ist mitten in der Stadt, wie soll ich das sonst rechtfertigen, dass ich da an den Tresor will? Ja, das stimmt, das stimmt, das ist gut. Wie weit bist du denn mit dem Thema? Also ich bin jetzt gerade dabei, den Ausweis zu erstellen, also Klavotten habe ich mir schon besorgt. Ich habe mir auch schon einen Werkzeugkaufen geholt beim Baumarkt, also ich stehe ja beim Baumarkt auf dem Parkplatz. Ich habe mir Kabelbinder für Fuscharbeiten besorgt und ich werde noch zu den Ammonition mir einen Hammer holen und einen Brechschangeln, damit die sehen, dass ich halt wirklich eine Hausmeisterin bin. Ja, du bist die Beste, du bist der Wahnsinn. Glaubst ja wohl nicht. Ja, irgendwie muss ich das ja, ne? Ja. Ja. Okay, gut, dann soll ich dir dabei irgendwie helfen, oder? Also ich bin eigentlich auch schon fertig, also. Ey, dann pass mal auf, dann fang an. Ja. Wir bleiben in Kontakt. Ja. Wir bleiben in Kontakt und wenn du, du weißt doch, Fluchtwagenfahrer. Weißt doch, Fluchtwagen-Action. Ja. Falls das schief gehen sollte, falls das schief gehen sollte, kommst du raus und dann kommst du um die Ecke gelaufen und steigst in meinen Autowagen ein. Okay, machen wir das. Ist das ein Deal? Ja. Okay, dann ruf mich an, wenn du da drin bist und loslegst, dann gehe ich auf Position. Okay. Super. Okay, dann bis gleich. Ich gehe jetzt erstmal Stötter holen. Tschüss. Mach das. Tschüss. Da kommst du. Mit V-Wave, Junge. Aber die roten Schuhe noch an. Ja. Hallo. Schick bist du. Schick. Ja, danke. Aber die Schuhe hast du noch an. Ich bin stolz auf dich. Ja. Ich darf sie doch gar nicht aussehen. Ne. Eben. Deswegen ja. Ja. Ich krieg das hin. Okay. Du kriegst das hin. Ich glaube an dich. Bleib einfach am Telefon dran. Hast du dir so ein Headset mitgenommen? Ne. Habe ich vergessen. Aber ich klappe das einfach unter meinem Helm hier. Es geht doch auch hoch. Ja. Wenn es runterfällt, ist es halt doch so. Aber es ist egal. Ja, dann ist Schrott. Dann musst du dir ein neues holen. Ja. Da kommt irgendjemand angelaufen. Ne. Oder? Der steht hier über ein Taxi. Da setzt sich jetzt auf jeden Fall einer draußen hin. Aber ein Taxi. Sind da? Ja. Ist kein Problem. Ich bin vorbereitet. Die kommen halt wirklich. Ja. Okay. Ah ne. Die reden mit dem Typen glaube ich. Am Taxi. Noch besser. Oh oh. Ja. Aber die sind draußen. Direkt vor der Tür. Ja. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Absolut kein Problem. Da hat sich jetzt nur einer draußen hingesetzt bei Downtown Cap und jetzt kommt gleich Polizei angefahren. Super. Super. Weiß ich nicht. Polizei kommt rein glaube ich. Ne. Doch nicht. Die kommen. Warte. Oh oh. Ja. Die kommen. Die kommen. Ja. Die kommen. Wann wir zurückkommen. Kommen denen der Herr. Die mit dem wunderschönen Helm. Sag Bescheid. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Was kann ich für sie tun? Ja. Sag Orangensaft. Dann komme ich zu dir. Ja. Ne. Absolut nicht. Ich habe ein paar Hausmößearbeiten gemacht. Aber ansonsten ist nichts passiert hier. Ja. Ich habe ein bisschen an der Elektrik gemacht, weil die Tür hinten nicht mehr aufgegangen ist und die Mitarbeiter nicht mehr an den Tresor reingekommen sind. Ich kann auch gerne meinen Ausweis sehen. Ja. Jetzt klappt alles wieder. Mit Fotoalbum bestimmt. Oh sie ist so gut. Sie ist so gut. Natürlich gar kein Problem. Und ähm. Okay. Perfekt. Schönen Tag noch. Tschüss. Alter du bist einfach eine Maschine. Einfach eine Maschine. Jetzt rein. Die sind gerade reingegangen. Rein ins Auto. Nicht, dass die nur noch irgendwas an der Tür sehen. Und zieht sie durch. Ich bin mein Auto nicht. Fahr zum Banner. Ich hole dich ab. Ja. Ja. Sehr gut. Jetzt müssen wir zu unserem Kollegen. Ich muss es abgeben. Ja. Wo am besten hin? Äh. Ich weiß nicht wo der ist. Ich bin halt in die West State gefahren, weil ich nicht weiß wo sonst einer ist. Beim Ölscheich ist was. Vielleicht komm kurz mit. Ja. Was geht ab, mein Besser? Hast du dir ein neues Versteck gesucht? Ist gut hier. Was? Das geht. Ich hab dir jetzt was mitgebracht. Ich hoffe du bist stolz auf mich. Ich hab mir echt viel Mühe gegeben. Ich hab nicht alles dabei. Was brauchst du denn? Hä? Was? Was? Hast du nicht alles mitgenommen? Was? Ey, wir müssen noch mal den Zettel holen. Hä? Aber der stand drauf. Ich sollte nur das Gold besorgen, du dumme Sau. Was soll das denn? Okay, aber wir gucken. Hast du gefuscht? Ja, du musst auch zwischendurch mal in meine Tasche gucken. Das find ich schon nicht nett hier. Aber ja, hier hast du es. Kein Problem. Du musst auch nicht sehen. Das ist ja hier. Du musst du dir das sehen. 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 Vielen Dank.